Grüß euch gut, hier stehe ich kurz nach acht in der Früh Ende Dezember 2018 bei einer Figur von Heinrich Kirchner, die nennt sich der Wanderer. Das sieht man wahrscheinlich jetzt auf dem Schild nicht gut. Das ist nicht gut erkennbar. Die Berge sind ganz leicht mit Schnee bedeckt. Der Schild steht da in voller Pracht. Die Luft ist so rein hier, es ist wunderschön. Also der Kimsee ist eine wirklich wunderschöne Gegend. Ein paar Schwäne sind unterwegs. Ganz wenige Wasservögel sehe ich hier. Es ist überall ein bisschen rauhreif. Die Bäume hier beherbigen sehr viele Schmarotzer, so wie man sagt, aber das sind ja sehr schöne Schmarotzer, diese Mispeln. Ja, und ich hoffe, dass jetzt die nächsten Tage auch schön wird. Ich habe hier ein paar. Ich bin hier in die Pfanne zu Dezember. Ich bin hier in die Pfanne zu sehen. Ich bin hier in die Pfanne zu sehen. Ich bin hier in der Pfanne zu sehen. Dieses Wunder hier, wirklich, das ist so schön, kann man auch gar nicht in Worte fassen. Also pfiert euch derweil.